Herzlich Willkommen zum Digitec Podcast mit mir, Simon Balissa, der hier für den vielen Rüeg einspringt. Mit Domagoj Belancic, mit Samuel Buchmann und einem einzigartigen David Lee, der heute zu Gast ist. Hallo zusammen. Herzlich Willkommen. Wie geht's euch allen, habt ihr es gut, seid ihr zu Wege? Ich freue mich, dass ich das erste Mal für dieses Jahr in diesem Podcast drin sein darf. Ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, vom Superbowl zu schauen am Sonntag. Irgendetwas hat mich da verwirrt. Husten, Fieber, aber ich bin auf dem Weg zur Besserung. Hast du nicht geschaut? Durch alles? Ich hatte zwischendrin so Mikro-Naps, die ich nicht kontrollieren konnte, aber es ist alles durchgeschaut. Ich bin ja in der Digitec Galaxus Fantasy Football League. Ah ja? Ich spiele ja Fantasy Football. Gar nicht gewusst, dass das bei uns gibt. Die gibt's schon länger. Als ich angefangen habe, vor vier Jahren, dachte ich, ich muss irgendwie Leute kennenlernen ausserhalb von unserer Mikro-Kosmos-Redaktion. Fair. Und tatsächlich am Schluss der Liga bin ich dort der Erste gewesen. Aber ich habe in den Playoffs verloren. Darum hat es mich angeschissen, jetzt noch weiter Football zu schauen. Aber ein Shoutout an all meine Kollegen, die dort mitspielen. Und eine Gratulation an Sandro, die die Liga wieder gewonnen hat. Der hat jetzt das zweite Mal gewonnen. Gut gemacht, Sandro. Sehr gut. Hey, schauen wir schnell unsere Themen an. Und zwar hat es einen Grund, dass der David Lee da ist. Er erzählt uns nämlich ein wenig, wie es ist, Programmieren lernen als Kind. Und heute, du bist ein Gamer entwickeln, glaube ich, oder? Ja, ich bin immer noch dran, ja. Jetzt ist was ich dringere. Mit Basic? Mit Basic. Auf dem C64. Das klingt anstrengend. Und du hast noch etwas mitgenommen, nämlich die Oxo-Card, die du mal getestet hast. Auch dort werden wir darüber reden. Dann M2 Pro und M2 Max. Macbook Pro, 14, 16 Zoll. Das hat Samuel Buchmann bei sich. Du musst die Heizigar gar nicht mehr anlassen. Du bist die ja jetzt irgendwie am Benchmarken und so, oder? Ja, mittlerweile bin ich fertig, zum Glück. Aber jetzt tatsächlich drei Tage lang hat es da recht umgelüftet. Ja, ich erzähle dann nachher. Genau. Dann gehen wir in Big Screen haben wir Clarksons Farm Season 2, wo Samuel sehr begeistert davon ist. Ich weniger. Und Spielecken. Wir haben Like a Dragon Isshin. Ganz heiss. Direkt auf das Embargo, das wir lüften dürfen. Tommi konnte das schon zwei Wochen testen, oder? Ja, genau. Zwei Wochen vorher haben wir es bekommen. Und ich bin auch froh, dass wir es vorher bekommen haben, weil es ist ein länges Spiel. Wer hätte es gedacht? Das ist ein Spiel in der Yakuza-Serie, die die kennen. Ich habe ja versucht, alle Yakuza aufzuholen. Ich bin genau bei Yakuza 0 fertig geworden. Du hast Rückschritt gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs stehen noch vor mir. Ich glaube, nein. Warte, sechs gibt es. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder ist das schon Like a Dragon? Sechs gibt es noch. Und sieben ist dann Jakobza Like a Dragon gewesen. Genau. Sieben ist dann Like a Dragon. Das habe ich aber auch angefangen zu spielen. Und wir haben alle zusammen, also ausser der David, der wird uns dann nach dem Segment verlassen, wir haben alle zusammen das dritte, der Last of Us, die fünfte Folge geschaut, wo wir dann auch während dem Spoiler-Cast darüber reden. Wir fangen aber an mit David, mit unserem Gast. Verzeih mal, du hast, ich kann es vorhin schon antworten, du hast angefangen zu programmieren von der C64. Wie kommst du auf so eine fast absurde Idee? Ja, es ist schon recht absurd. Es ist eigentlich, es hat angefangen mit so einem Rückfall in nostalgische Zeiten, wo ich in den 80er Jahren als Bub eigentlich das erste Mal irgendetwas programmiert habe. Dazumal auch schon in BASIC. Das ist offenbar das gewesen, was man da hätte müssen können. Und ich habe dann vom Nachbarn so einen Spielzeugcomputer ausgelehnt und nie mehr zurückgebracht. Und ich habe den jetzt wieder gekauft, neu, quasi ihn umgepackt. Der ist von 1986. Wie viel zahlst du da für so etwas? Ja, der hat jetzt irgendwie eine Grössenwohnung 50 Franken gekostet. Ah, okay. Und ich habe ihn aber aus Grossbritannien bestellt und es ist dann einfach mal über einen Monat gegangen und mindestens noch mal so viele Porto- und Zollgebühren und so ein riesiges Zeug. Also ich weiss auch nicht. Zeug aus Grossbritannien bestellen im Moment nicht so eine gute Idee. Und ich kann einfach mal schnell die Kamera halten. Ja, die, die das YouTube-Video schauen, ja. Ja, also für die, die es nicht sehen, das sieht so aus wie ein fettes Laptop. Aber dort, wo der Bildschirm ist, hat es ein Ringbuch. Und der eigentliche Bildschirm ist einfach so eine Zeile oberhalb der Tastatur, wo man so ein bisschen etwas sieht. Das sieht doch ein bisschen aus wie ein Kindenspielzeug, oder? Mega, wollte ich sagen, ein bisschen Toys-a-R-Us-Man. Ja, es ist ja auch eins. Und, ähm, genau, und ich habe dann auf dem Teil versucht, einen Flugsimulator zu programmieren. So. Und mit zwölf Jahren habe ich das Gefühl gehabt, das sei jetzt absolut kein Problem. Weil es hat also... Also als Kind, nicht jetzt meinst du, oder? Ja, als Kind. Ja. Heute würde ich mir das nicht mehr antun. Und es hat eben so ein, es hat so ein Programmli als Beispiel gehabt, äh, Mondlandung. Und da hast du, äh, auch wirklich textbasiert irgendwie eingeben, wie viel Schub du jetzt gibst. Und wenn du zu wenig Schub gehst, bist du auf dem Mond zerschellt. Und wenn du zu viel gegeben hast, dann bist du zu wenig schnell gelandet. Und dann ist der Benzinausgang und dann bist du auch zerschellt. Und dann habe ich gefunden, ähm, das mache ich jetzt quasi dreidimensional und mache da so einen Flugsimulator. Und dann hast du dann einfach in irgendeine Richtung fliegen können und dann bist du halt auf Amsterdam gekommen oder so. Oder auch einfach im Meer. Sehr schön. Und, äh, ja, ich habe dann irgendwie, jetzt habe ich mir so einen Fake C64 gekauft. Weil ich fand, dass dort dann, dass es ein bisschen besser geht. Ähm, tatsächlich habe ich dann aber nie mit dem programmiert, sondern ich habe es einfach in einem Emulator gemacht. Das ist viel einfacher. Ah, wirklich? Ah! Du hast den C64 jetzt gar nicht angeschlossen, sondern hast einfach ein Fenster auf deinem PC offen, wo du eigentlich den C64 emulierst. Das ist okay. Auf dem C64, ich meine, da kannst du nicht mal Text kopieren oder so. Das ist, das ist ja wirklich so ein verdammter Pain in die Ass. Das habe ich mir einfach nicht, ja. Das ist nicht alles so durchgedenkt gewesen. Und dann, ja, und ich habe auch angefangen, so das Game zu programmieren, wo wir so eine Figur steuern mit der Taste W, A, S, D. Und dann gibt es dann so Gegner, die einem verfolgen. Und es ist, äh, es ist, du fangst bei Null an, oder? Es gibt kein Framework, es gibt keine vorgefertigte Sachen, wo du zusammenklickst. Du fangst einfach, du musst sogar die Figur selber, du musst Pixel für Pixel eigentlich Hardware kodieren. Also, es ist super, super mühsam. Du musst dann sagen, du zeichnest sie irgendwie auf einem Häuschenpapier oder so, und dann nachher schaust, Pixel 1 ist weiss, Pixel 2 ist schwarz. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja, genau. Dann musst du das quasi, äh, also das Koordinatensystem ist dann quasi binär, oder? 1 ist schwarz, 0 ist weiss. Und dann musst du das in einen Dezimalcode umrechnen, je nach Position. Und, äh, dann musst du die Zahlen ein-, dann musst du effektiv die Zahlen eingeben. Und dann habe ich eigentlich gefunden, das kann es ja nicht sein. und habe irgendwie auf dem C64 ja noch eine Software programmiert, wo du dann kannst Figuren zeichnen und es berechnet dir dann die Zahlen. Also, aber das, das zu programmieren ist natürlich auch wieder viel länger gegangen, als wenn ich das einfach schnell, äh, so schnell die Anführungszeichen gemacht hätte. Jaja, und das ist, äh, das ist, äh, ich finde, das ist eben generell so, beim Programmieren finde ich, das ist so, ich finde fast, je mühsamer das ist, desto mehr zieht es mich rein. Das ist so, ich, ich, ich kann diese Faszination nicht so recht erklären, aber es ist immer so, also, man will es dann unbedingt lösen, es ist so ein Rätsel. Genau, ja, das ist, das, das habe ich ja gerade sagen. Es ist, ich meine, ich habe, äh, ich habe Informatik gelehrt und und, darum viel programmiert und auch während meiner Studienzeit habe ich noch so ein wenig Webgeschichte gemacht. Das ist sehr rudimentär, ich brauche keinen schlechten Coder, aber das ist mir auch so vorkommen und ich kenne genau das Gefühl von, ja, das muss doch einfacher gehen, ich programmiere jetzt eine Lösung, damit es einfacher geht, aber nach einer länger an dieser Lösung programmieren, als wenn man es einfach quasi dubbelmässig von Hand alles so ein bisschen Routine, Fleiss, Arbeitsmässig eingeben hätte, das kenne ich sehr gut. Und das ist tatsächlich auch irgendwie, wenn du es eben so als Challenge anschaust und als Rätsel zum Lösen, dann macht es mega Spass, das ist voll so. Mich packt nebenbei immer der Grösse an, oder? Ich finde so, ja, das ist ja jetzt nur das Erste von ganz vielen Games, wo ich da programmiere, darum brauche ich jetzt so ein Tool, oder? Das brauchst du. Das brauchst du, ist logisch, ja. Was ist das Ziel, dass es nachher auf dem richtigen C64 läuft, oder wie? Das läuft, also ich habe es ausprobiert, ja. Ja, das Ziel ist, ich bin jetzt einfach, die erste Version ist einfach sehr klein, es hat einfach so acht Level und jedes Level hast du in schätzungsweise 30 Sekunden geschafft. Und, ja, so Aufwand und Ertrag ist so ein bisschen Mittel. Und ich habe jetzt einfach noch mehr Levels gemacht, mehr Gegner, also es gibt jetzt verschiedene Gegnertypen, in der ersten Version hat es nur einige. Und, ja, es sollte jetzt ein bisschen interessanter werden. Aber das Programm wächst dann auch unverhältnismässig. Also es ist jetzt extrem viel grösser als am Anfang. Und eben Basic ist auch so eine Programmiersprache, wo es dann auch sehr schnell, sehr unübersichtlich wird. Ja, weil es ist nicht, also jetzt gehen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu tief, aber es ist überhaupt nicht objektorientiert oder so, oder? Nein, nein, nein. Du kannst zwar irgendwie eine Routine aufrufen, aber die haben dann nicht einmal einen Namen, die haben einfach eine Ziellennummer. Und wenn sich das Programm verändert, dann verändert sich wieder die Ziellennummer und dann musst du wieder schauen, bei welchen Zielen fängt jetzt das an. Und, ja, weisst du, bei so einem Programm mit 20 Zielen ist das okay. Aber ich bin jetzt bei über 400 und, äh, also du darfst nie eine Pause machen, weil nachher kommst du nie mehr rein. Wenn du mal aufgehört hast, dann ist das Programm eigentlich gestorben. Du musst es einfach durchziehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein weiterer Grund, warum ich das Programmieren, kommt bei mir immer so schubweise. Ich mache jahrelang nichts und dann plötzlich bin ich wieder Tag und Nacht dran. Und immer mehr Basic, oder wie? Nein, nein. Das war noch hoffentlich einmalige Sache. Ja, das ist wirklich ein bisschen masochistisch veranlagend, glaube ich. Ja, aber es ist natürlich, eben, das sind halt so Kindheitserinnerungen. Also, das... Ey, stimmt, ich habe einmal ein Projekt durchgemacht in den Betz, also in der Oberstufe, mit, äh, wo wir Basic, äh, auch Basic programmieren. Also, raus hätte ich mich so schauen, irgendein Mannchen will tanzen mit einer Melodie. Und, äh, der Rolf und der Marc, äh, die zwei, die mit uns in der Projektgruppe gewesen sind, die sind den ganzen Tag programmiert. Und ich und der Michi sind in die Stadt Gola-Dosen kaufen und Läberkuchen und haben uns einen Lenz gemacht. Aber es ist, äh, es ist recht abgefahren gewesen, was man dort so... Eben, ich habe, ich habe nichts gelernt, weil es ist doch ein bisschen, es ist doch ein bisschen too much gewesen, glaube ich, als 13, 14-jähriger Junge. Aber, äh, du hast es dann verstanden, du hast damals schon mit Basic dran geblieben, oder? Ja, also, wir haben dann auch im Gymi, haben wir müssen, so einen Taschenrechner kaufen. Den T? Oh, den habe ich auch gehabt, ja. Äh, ein Sharp ist das gewesen. Ah, okay. Ja, auch ein Einzielungsdisplay und so. Und den hast du auch mit Basic programmieren können. Ich glaube, Basic ist das wirklich in den 80ern, aber ist das einfach... Es ist, glaube ich, eben wirklich... Ja, es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen der Einstieg gewesen ins Programmieren, weil wenn dann die Leute... Dort hat es ja schon das Sein und so Sachen gegeben, aber ich glaube, das ist einfach schon nochmal drei Niveaus höher und so ein bisschen für wirklich Basic-Sachen ist es, glaube ich, eben einen Einstieg zu bringen ins Programmieren. Das ist, glaube ich, Basic schon das Ding gewesen, so, ja. Ja. Das ist krass, ja. Ja, und, äh, jetzt habe ich gerade den Foden verloren. Ähm... Ja, wir sind beim Programm gewesen, wo jetzt sind wir... Also eben das... Ich finde zum Beispiel auch der C64, auch wenn es nur ein Imitat ist, ich finde den irgendwie faszinierend. Gerade weil er so wenig kann. Es ist dann auch so... Es ist möglich, den Computer komplett zu verstehen, bis auf Hardware irgendwie. Und das ist schon noch, das hat schon noch seinen Reiz, auch wenn das Teil natürlich von der Leistung her absolut lächerlich ist und eigentlich auch unbedienbar aus heutiger Sicht. Es ist irgendwie... Es ist irgendwie... Es ist irgendwie... Eben, dass du, dass du etwas komplett selber machst, von Grund auf und alles verstehst, bis bis hin zur Speicheradressierung und so, das, das finde ich irgendwie auch noch faszinierend. Aber zugegebenermass auch... Ja... Ja... Sehr... Sehr nördlich. Absolut aufwendig. Ja... Ich habe noch eine Message geschickt. Ich habe das... Turing Complete. Das ist so ein Game, das du eigentlich selber einen PC zusammenbaust mit so... Logik Gates. Und mich hat es... Das ist so etwas gewesen und ich fand... Fuck, ich bin... Ich habe mal Informatik gelernt, aber ich habe nie richtig verstanden, wie ein PC wirklich funktioniert. Und für das ist das dann recht cool, weil du musst dann wirklich einen PC bauen, inklusive allen Komponenten und checkst, wie das funktioniert. Mit 1 und 0... Das ganze Zeug. Also, das ganze. Eben, wie du sagst. Und man... Die C64 kannst du bis auf Systemebene aber quasi begreifen. Das ist sehr geil, weil... So einen normalen PC oder... Auch schon nur ein Handy oder whatever. Du hast keine Chance, oder? Das ist keine Chance, das zu begreifen. Das ist recht abgefällig. Du solltest auch nichts... Also bei einem modernen Computer solltest du auf keinen Fall direkt in die Speicheradresse hinein. Nein, das... Das geht auch gar nicht aus Sicherheitsgründen. Ja. Ja. Hast du keine Abfahrt, ja. Und was ist jetzt das Ziel? Also ich meine, du schreibst schon viele Artikel, glaube ich... Oder ich weiss noch, wie viele hast du jetzt schon veröffentlichte Artikel dazu? Ja, jetzt... Ich glaube zwei, drei so. Ich habe noch... Ich habe noch ein paar Sachen... Also zum Beispiel das Thema Sound. Da bin ich eigentlich gescheitert. Das... Das ist echt zu kompliziert. Ähm... Ich müsste dann auch Assembler lernen, was mich ehrlich gesagt extrem anscheisst. Das ist dann eben Maschinensprache. Genau. Ja. Ja. Ich habe einen Computer, den ich dort zusammengebaut habe. Dem konnte ich dann Assembler beibringen. Und dann habe ich aufgehört das Game spielen. Aber ja... Und... Also... Was bei Basic Ebenei ist... Es ist dann sehr, 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 sehr langsam. Und ich muss es eigentlich immer... Zuerst in Maschinensprache kompilieren. Damit ich es überhaupt ausprobieren kann. Sonst wäre es einfach viel zu langsam. Und das ist dann... Wenn du irgendwie einen Fehler suchst... Kann das extrem mühsam sein. Dann korrigierst du irgendwas, kompiliierst wieder alles. Dann merkst du, ah nein, das ist es nicht gewesen. Dann... Dann änderst du wieder ein kleines Komma. Und du musst es wieder neu kompilieren. Und ja... Das ist auch so... Ja, ja. Und was ist mit dem Sound? Also dort kannst du nicht irgendwie auf Basic... Du kannst den Sound gar nicht programmieren. Also dann musst du mit dem Sound... Aber du kannst nicht... Also ich glaube, du kannst es nicht im Hintergrund laufen lassen. Also dass das quasi das Game läuft. Und so nebenbei spielt es eine Melodie ab. Das sehe ich absolut nicht. Vielleicht hätte irgendjemand eine Idee, wie der David das herbringt. Wir könnten gerne schreiben. Podcast at Digitech.ch Oder in Discord. Oder auch unter dem Beitrag darunter. Wirst du es mal verfügbar machen für die Öffentlichkeit? Oder ist das einfach dein Hobbyprojekt? Ja, nein. Ich habe ja die Version 1 auch schon... Zum runterladen... Innen getan. Ich weiss nicht, ob es tatsächlich jemand heruntergeladen hat. Ganz ehrlich. Es ist mir jetzt peinlich, dass ich gefragt habe. Ich habe es nicht gesehen, dass du es nicht hast. Aber ich meine, wenn du die Arbeit schon gemacht hast, ist klar, ja. Auf jeden Fall. Also... Und dann auch mit Quellcode, auch wenn das für ein wenig peinlich ist, aber trotzdem... Ja, aber ich meine, du kannst ja noch lernen, oder? Du bist ja nicht jetzt so, dass... Ja, ja. Es ist ja dann schon so, dass wenn irgendjemand kommt und sagt, Hey, das hättest du gescheiter so machen können, dann ist es ja auch cool. Ich vertraue ehrlich gesagt auch darauf, dass den Quellcode gar niemand versteht. Das ist einfach so. Also, da warst du bis jetzt noch wenig response auf den Quellcode, oder wie auch? Ja, da ist doch kein Mail gesetzt. Sehr geil, sehr schön. Ah ja, danke einmal für diesen kurzen Einblick in dein Projekt, das du gemacht hast. Du hast aber... Ich kann es vor einer Anzeige deuten, du hast auch die OxoCard. Hat das etwas mit dem zu tun, was du jetzt programmieren gelernt hast, oder ist das am Rand von dem Ganzen so? Das hat mit dem direkt nichts zu tun. Es hat einfach so... Man ist dann so darauf gekommen, dass das ja etwas für mich sein könnte. Weil es dort auch darum geht, programmieren zu lernen. Aber es ist eigentlich... Was ist das? Es ist ein völlig anderes Konzept. Die OxoCard, das ist so... Ein Kreditkartengrosser Minicomputer. Also so eine Platine, wo es so einen winzigen Bildschirm drauf hat. Der ist so... Quadratisch und wirklich so... Zweieinhalb Zentimeter gross. Also ich kann das auch mal in die Kamera halten. Das ist so... Das schwarze, quadratische Ding. Oben ist der Bildschirm. Es hat noch so ein Steuerkreuz unten. Ähm... Und es hat so diverse Sensoren. Also es gibt verschiedene. Die hat jetzt einen Haufen Sensoren noch für Temperatur, Feuchtigkeit, ähm... Helligkeit, Geräusche, Level und so weiter. Ah, das ist wirklich geil. Ja. Und da kannst du halt... Das programmierst in einem Webbrowser. Mit einer Programmiersprache, die so ein wenig moderner ist. Ähnlich wie Python. Und da kommst du viel schneller zu irgendeinem Ergebnis. Und was schön ist an dem, ist, dass... Also das ist von einer Schweizer Bude entwickelt. Und die liefert dir ganz einen Haufen Beispiele mit. Wo man in die Quelle geht, kann anschauen. Wo du auch gesehen hast. Also es wird zum Teil auch Schritt für Schritt erklärt, was die einzelnen Programme teilen machen. Und ich glaube, das ist so... Also Zielgruppen sind so 14-, 15-, 16-jährige, die das programmieren lernen wollen. Und es wird auch in Schulen verwendet. Und ich glaube, für das ist es wirklich super. Also ich... Ich finde es jetzt noch schwierig, mich in einen 14-Jährigen zu versetzen, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist... Das ist auch heute noch etwas Faszinierendes. Und ich habe dann gemerkt, also mit all diesen Sensoren könnte es sogar für Erwachsene noch das eine oder andere sinnvolle... Ja, sinnvolle Anwendung gegeben. Ja. Ist es denn eine eigene Programmiersprache? Du hast es gesehen, das ist ähnlich wie Python. Aber es ist nicht Python. Ja, die haben effektiv eine eigene Programmiersprache erfunden, wenn man so will. Und zwar... Das geht jetzt mega ins Detail, da bin ich nicht mehr ganz daraus gekommen. Aber ich glaube, das Problem ist, dass das Original-Python... ...viele Ressourcen frisst. Es hat nur einen relativ schwachen Prozessor drauf. Und dann gibt es noch irgendwie Micro-Python, der irgendwie für Micro-Controller optimiert ist. Aber das hätte irgendwie auch nicht gepasst. Warum weiss ich es nicht mehr? Und sie haben dann wirklich gefunden, wir machen jetzt etwas Eigenes. Und die Zyndax ist aber eigentlich gleich wie Python. Das heisst... Also wenn du daraus kommst, ist das schon mal eine gute Grundlage, um dann weiter zu lernen, sozusagen? Ja, genau. Also du lehrst eigentlich nicht eine Programmiersprache, die du nachher so nie brauchst. Ja, ja. Ja, krass. Und das heisst jetzt zum Beispiel, könnte ich eine Wetterstation machen? Ich könnte... Gerade ein aktuelles Beispiel, das ist mir gerade im Sinn gekommen, in dem ich den Text gelesen habe. Es ist bei uns in der Wohnung ab und zu etwas zu feucht, auch jetzt in der trockenen Jahreszeit. Das heisst, wir müssen ab und zu lüften. Und ich habe eine so eine Wetterstation und ich würde gerne das zum Beispiel aufzeichnen. Die Feuchte in meinen Räumen, damit ich immer sehe. Und dann könnte ich mir einen Alarm geben lassen, wenn es irgendwie über, was weiss ich, 60% Feuchtigkeit ist oder so. Was könnte ich zum Beispiel damit machen? Es gibt effektiv so ein Beispielprogramm, das dir anzeigt, ob es Zeit ist zum Lüften. Weil ich habe das sehr absurd gefunden eigentlich im ersten Augenblick, weil ich fand, ich merke selber, ob es Zeit ist zum Lüften. Jetzt habe ich allerdings seit fünf Tagen, seit die Verkälter gewesen bin, habe ich einfach keinen Geruchssinn mehr. Und jetzt wäre ich eigentlich recht froh um so etwas. Also ich merke einfach nicht, wenn es in meiner Wohnung stinkt. Mit anderen Worten, ja. Es ist jetzt ein bisschen ein spezieller Fall. Aber ja, das können wir machen. Könntest du machen. Du hast gesagt, das ist jetzt die Einwesen. Wie viele Versionen gibt es davon? Es gibt insgesamt drei. Also es gibt das Science. Das ist das mit den vielen Messsensoren. Dann gibt es noch irgendwie Galaxy. Das ist so, mehr für Spiele. Das hat dann halt noch einen Lautsprecher, der sich sehr einfache Sounds ausgeben kann. Und dann gibt es, glaube ich, noch Artwork. Dort geht es dann mehr so um Grafik. Wobei ist sehr ähnlich wie das für Spiele. Und du kannst auch alle Programmbeispiele mit jeder Karte anschauen. Es ist dann halt einfach so, dass die Programme, die die Messsensoren ansprechen, die funktionieren dann halt nur auf der Karte, die halt die Sensoren hat. Aber sonst ist es eigentlich alles für alle. Sehr cool. Oxocard heisst es. Gibt es bei uns im Shop, glaube ich. Wie viel kostet das so ein Teil? Sind alle etwa ähnlich? Deuer oder? Ja, also die Sensoren sind etwas teurer. Ich weiss jetzt gerade nicht auswendig. Ich glaube so 120. Okay. Also doch noch. 100. Und die anderen sind 60. Also das geht aber. Ja, das geht ja. Ich denke für Jugendliche. Mein Göttibub ist noch etwas zu klein für das, aber ich habe es mir vorgemerkt. Seit 10 Jahren bekommt er noch so eine. Genau. Eine sehr coole Sache. Wir schliessen da ab. Nicht mit unserem, der David bleibt noch etwas da, aber einfach mit dem ersten Teil vom Podcast und gehen rüber. Und zwar zu der Hardware. Zu euren Computern. Genau. Zu euren Computern. Du kannst mit Basic programmieren. Um M2 Pro und M2 Max MacBooks geht es. Also grundsätzlich vor etwa einem Monat hat Apple sein Pro Lineup erneuert. Das sind so die grossen MacBooks. Zum Videoschneiden, Fotos bearbeiten. Ich weiss nicht, Programmieren ist wahrscheinlich auch gut. Und solche Sachen. Einfach dort wo die Leistung brauchst. Und die haben jetzt neue Chips drin. Die heissen eben M2 Pro und M2 Max. Die letzten haben M1 Pro und M2 Max geheissen. Logischerweise. Ansonsten ist eigentlich alles noch gleich geblieben. Also das Design ist genau gleich. Der Bildschirm, der Formfaktor und so weiter. Das, was neu ist, ist einfach die Leistung. Sie sind etwa 20% schneller geworden. So in den synthetischen Benchmarks. Und jetzt habe ich mich einfach beim Testen einfach gefragt. Also ich habe das die letzten drei Tage gemacht. Und meine Überschrift von dem Test, der wahrscheinlich online ist, wenn ihr den Podcast dann hört. Die lautet Overkill. Weil ich freue mich jetzt einfach. Wer braucht das überhaupt noch? Also wer braucht wirklich noch mehr Leistung als die, die letztes Jahr rausgekommen sind? Ähm. Ich habe selber so eins. Ich habe das mit M1 Max. Um irgendwie 2, 30 Giga RAM. Eigentlich seit einem Jahr. Und das ist super. Ich bin hoch zufrieden. Ich kann mit dem alles machen. Ich schneide Videos bis zu 8K. Mit Filter und Effekten und Zeugen und Sachen. Und es ist überhaupt kein Problem. Ähm. Und ich meine, sonst könntest du es vielleicht noch zum Gamen. Aber mal ehrlich. Auf der Mac kannst du eh nichts gamen. Haben wir nicht mal einen Mac Gamer einladen? Ja, das hätten wir ja schon diskutiert. Das Problem war wahrscheinlich, wir haben keine gefunden. Wer macht das? Du lehrt sich das an. Du kannst Windows drauf installieren. Und dann... Ja, eben nicht einmal mehr. Also du kannst es noch installieren mit Parallels, aber es geht ja nicht mehr mit Bootcamping früher. Früher ist es gegangen. Da hast du völlig recht. Mit den Intel Chips hättest du normal drauf gamen. Ist einfach ein super teures Gerät gewesen für die Leistung. Aber du hättest es machen können. Und jetzt mit Apple Silicon geht das ja aber eigentlich in ganz vielen Fällen nicht mehr. Also ganz viele Games werden dann nicht mehr unterstützt wegen irgendwelchen Kopierschütz oder ich weiss nicht was alles. Und darum... Nicht einmal das geht mehr. Und darum kannst du es zum Gamen ja, kannst du die Geräte nicht brauchen. Und sonst gibt es manchmal Leute, die, ich weiss nicht nicht, Blender oder so etwas brauchen, die 3D-Sachen ändern. Denen bringt das vielleicht etwas, dass das Ding jetzt nochmal 20% schneller ist. Aber mal ehrlich. Wie viel gibt es von denen? Also das ist... Der Otto Normalverbraucher hat schon die letzte Generation nicht ausgereizt. Und äh... Jetzt die neue noch viel weniger. Darum ist einfach meine Frage... Okay, schön, aber wieso? Ja. Ähm... Was man sonst noch sagen kann, der Pro-Chip ist ein bisschen effizienter als der Max. Das war schon letztes Mal schon, weil der hat natürlich weniger Grafikkern und die brauchen natürlich Strom. Das heisst, wenn du jetzt nicht unbedingt das letzte bisschen an Leistung brauchst, dann kaufst du eigentlich gescheitert einen kleinere Chip, weil dann hält der Akku noch etwas länger. Wobei der Akku ist auch im Max, ist grossartig. Also... Ich habe das irgendwie getestet und ich habe ihn fast nicht klein bekommen. Ähm... Ich werde YouTube laufen lassen und mit dem grossen Laptop, also im 16-Zoll-Format, braucht er irgendwie 22 Stunden, bis es dann mal fertig ist. Scheiss, das ist abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Und ich... Auch mit dem alten, mit dem M1-Max, der hält ein bisschen weniger lang, irgendwie 10% weniger. Ähm... Aber auch der, also an einem Tag, bringe ich den nicht zu Boden. Ja, weil hast du den 16-Zoll auch? Ja, den 16-Zoll. Ich glaube den 14-Zöller noch eher. Aber den schaffst du im Fall auch, also 8 Stunden kannst du easy. Ich kann... Also ja, beide testen ja, also unter 14-Zöller oder wenn du jetzt dort so etwas mit wenig Leistung machst, dann hält er 14 Stunden. Voll. Ähm... Also... Auch das ist super, oder? Das ist krass. Von so Zahlen kannst du mit einem Windows-Laptop mit vergleichbarer Leistung wirklich nur träumen. Das ist abartig. Ja, ja. Es ist immer lustig, weil ihr da mit... Ich weiss nicht, wenn wir Sitzungen haben und so weiter, und dann habt ihr da die Firmen-Notebooks, was sind das? HB-Elitebooks oder irgend so etwas. Und dann nach... nach 2 Stunden im Sitzungsraum könnt ihr den ersten an verzweifeln, weil ihr ein Akku langs und zum Boden geht. Das ist aber eigentlich auch gut. Das ist ein guter Timer, weil 2-stündige Sitzungen sind wie immer etwas zu lang. Das stimmt. Ja, oder ich weiss auch nicht, ob ihr nach 2 Stunden im Büro gewesen seid vielleicht. Ja, ja. Und mit dem Macbook sitzt halt irgendwie daneben und du bist so wie 90 Prozent. Ja. Absurd. Das ist wirklich ein riesiger Unterschied und das liegt halt einfach an der anderen Architektur, die Apple jetzt hat. Seit, ich weiss gar nicht, zwei Jahren. Hier die ARM Architektur und Intel... Und Windows kocht halt immer noch mit diesen Intel und AMD Chips, die auf X86 basieren. Und die sind auch viel weniger effizient. Das ist gerade bei einem Laptop oder mit mobilen Geräten, die halt mit Akku laufen oder nicht irgendwie an der Steckdose hängen, ist das dann der riesen Unterschied. Dass du einfach pro Leistung viel, viel weniger Watt brauchst. Ich habe das selber sehr, sehr gemerkt, als ich unterwegs war, so am Reisen, im Campervan mit dem Laptop. Und dort hast du ja einfach den Solarstrom und der ist natürlich super kostbar. Das heisst, du musst wirklich schauen, dass du den möglichst effizient einsetzt hast, weil du den Kühlschrank verlauft und solche Sachen. Und da ist es natürlich einfach ein absolutes Godsend gewesen. Also mit den neuen M1 Macs habe ich dort Filmchen schneiden im Campervan und habe nicht meine Batterie leer gesoffen. Also das sind Welten. Ja, sonst, was gibt es noch zu sagen? Genau, die SSD ist ein bisschen langsamer geworden. Da haben wir letzte Woche schon mal schnell darüber geredet beim Mac Mini. In der kleinsten Version hat Apple jetzt grössere Chips verbaut, also grössere Module. Die sind jetzt 256 GB gross, früher sind es halb so gross gewesen. Und das hat einfach zur Folge, du hast weniger Chips auf dem Board, also eine geringere Anzahl. Und das heisst, die Speicherkanäle sind auch weniger. Also du kannst auf vier Chips gleichzeitig runter speichern und so nur auf zwei, oder? Genau. Ja, ganz genau. Jetzt beim MacBook sind es zwei und vier, beim Mac Mini war es ein und zwei und dort ist dann wirklich so ein ist dann langsam ein bisschen sehr langsam. Jetzt beim MacBook ist es eigentlich kein Problem. Selbst mit der kleinsten Version ist die SSD zwar langsamer, aber immer noch vorig genug schnell. Und ja, etwas anderes, was mich die Leute noch fragen, ist ja, wie viel RAM brauche ich denn jetzt? 32, 32, immer! Ja, du bist jetzt unterschiedlich, immer! Ich habe auch 32, ich habe als genau das Gleiche gedacht, aber ich sage mittlerweile, die SSD sind so schnell und könnten das so gut puffern, dass du einfach die 60 GB kaufen kannst und du bist eigentlich geputzt und gestrahlt. außer du machst jetzt irgendwelche wilde Sachen mit riesigen Videoprojekten und ich weiss nicht was, dann bringt das vielleicht etwas. Aber sonst, ja. Also das Schöne ist, an diesen neuen Laptops eigentlich, du kannst plus minus einfach die Basisversion kaufen, vielleicht noch ein bisschen mehr SSD, weil so 500 GB Speicher ist ja knapp, allenfalls. Aber sonst muss eigentlich... In einer Cloud, in einer Cloud-Walt finde ich eben tatsächlich nicht jetzt für mich beim Arbeiten, aber wenn du eben einen Videoschnitt dazu machst, logischerweise schon. Ja, genau. Ich finde es so, wenn du ein paar Sachen installiert hast und vielleicht ein paar Fotos und Videos lokal speichern willst, dann ist es super, wenn du ein bisschen mehr hast und sonst reicht es an die kleinsten. Hey, ja eben. Und sonst musst du eigentlich nicht den grossen Chip nehmen, du musst nicht mehr Arbeitsspeicher nehmen, du kannst das Format auswählen, 14 oder 16 Zoll. Ich mag 16 Zoll, ich sehe ja den grossen Bildschirm, aber das ist auch Geschmackssache am Schluss. Apropa Bildschirme, bei denen ist alles gleich geblieben im Vergleich zu letzten Jahren? Es ist immer genau gleich, es ist so eine Mini-LED mit irgendwie... Ja, der hat extrem hohe Dichte, also Dimming-Zones, also der Kontrast ist auch super. Wenn du jetzt ganz im Dunkeln irgendwie etwas schaust, wo, ich weiss auch nicht, weisse Sterne in einem schwarzen Nachthimmel hat oder so, dann hast du so minimal so einen Blooming-Effekt, also dass es nicht ganz trennscharf ist, wie jetzt bei einem OLED, aber das merkst du wirklich... Aber das führt viel heller allgemein? Ja, viel heller, viel heller, also standardmässig irgendwie 500 Nits und bei HDR 1000 Nits Vollbild, wohlgemerkt. Also nicht nur irgendwie so eine Spitzenhelligkeit, dort sind es sogar 1600 Nits. Also wirklich super hell, kannst du auch draussen arbeiten, kein Problem. Ja, und die adaptive Refresh Rate haben sie ja, das nennen sie irgendwie Promotion, mit irgendeinem fancy Namen. Aber das ist dann auch wegen dem Akku, oder? Genau, das ist wegen dem Akku super. Das heisst, das kann wirklich zwischen 24 und 120 Hertz kann es halt durch wechseln. Und wenn du jetzt etwas statisches offen hast, oder dann wiederholt sich dann auf 24 mal in der Sekunde, braucht viel weniger Akku und wenn du irgendetwas bewegst, scrollst, ich weiss nicht was, dann fährt man es hoch. Also ist auch eine super Idee eigentlich. Ja, eben, sonst kauft einfach die Basisversion und wenn du musst fragen, für was du die grossen Chips und mehr Rams brauchst, dann brauchst du es nicht. Sehr glücklich. Ja, ich habe mir ja, gerade im Herbst habe ich mir einen M1 Pro mit 32 GB gekauft. Ich habe gewusst, dass die ein M2 werden kann und dachte, ich sollte noch warten. Aber es musste sein, weil ich eine Woche weg bin und mein Laptop war wirklich am Abkratzen. Es ist nicht ein Firma-Laptop, es ist ein anderer Windows-Laptop. Und ich hatte ja vor 10 Jahren das letzte Mal einen Mac und bin dann weg vom Mac, weil ich wirklich fand, dort zu zeigen, wo es dann auch hardwaremässig nicht mehr richtig gut gewesen sind und so, wo ich wirklich fand, es verhebt nicht mehr. Und ich bin, also ja, ich bin extrem begeistert, was für extrem geile Geräte das sind. Da kannst du jetzt einfach, ich habe immer gesagt, es ist einfach das gleiche, wie Windows einfach überteuert. Ja, genau. Und das kannst du aber jetzt irgendwie nicht mehr bringen. Mit längeren, längeren Akkulauftuern, mit der, mit der schnelleren Prozessoren, mit allem, was sie machen, mit dem, es hat einen HDMI-Port dran. Verstehst du? Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich meine, Apple, Apple, der so das Shit macht, wegen einem Lightning-Kabel und so, die kennt dir ein Port, den du überall kannst anschliessen. Es hat einen SD-Karten-Reader. Das ist Hammer! Und sie sind auch noch leaslich, oder? Ja, sie sind leaslich, sie gesagt geil. Mein Magazin ist wie ein Smartphone, ich höre den nie. Einfach nie. Das ist so geil. Es ist ein effektiv extrem geile Gerät und es kann, jetzt kann einfach niemand mehr, und es ist sensationell verarbeitet, oder? Ich meine, die sind fast unzerstörbar. Die Diskussion kann man gar nicht mehr führen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr einen Fight haben über Windows oder Mac. Es ist, die Diskussion ist beendet. Fertig, Macbook. Das sind Laptops eigentlich nicht im Moment. Es ist so, du brauchst halt Windows für irgendwelche Programme, dann kannst du einfach nichts machen. Logisch. Aber der Vergleich, genau. Aber der Vergleich, den kannst du einfach gar nicht mehr bringen. Diskussion beendet. Laptops, das sind die besten Laptops, und zwar, wenn es nicht darauf ankommt, was für ein Betriebssystem das heisst, sind es die besten Laptops fertig. Keine Diskussion. Könnte man gerne schreiben, Digi... Es gibt wieder wieder Laptops, die leistungsmässig daran herkommen, muss man schon sagen, jetzt mit den neuen 40er-Grafikkarten usw. Es gibt solche, die tatsächlich noch schneller sind, aber die sind halt genau in einem Fall schneller, nämlich wenn du an der Steckdose hast. Aber ja, genau. Und sobald du es wegnimmst, erstens werden es viel langsamer und zweitens sind es irgendwie, ich weiss auch nicht, zwei Stunden sind es flach, oder? Ja, und die Töne, wenn du unser Chat und... Genau. Und Bildschirme haben sie meistens auch nicht so geil. Das war ein riesiges Problem. Es war kein Windows-Laptop, der so einen geilen Bildschirm hat, wie die Macs. Das hat mich sehr aufgekriegt. Wenn du zum Gamen etwas brauchst, dann brauchst du eher ein Windows-Laptop. Und dort sind Bildschirme zum Teil besser als bei den Windows-Laptops. Ich muss sagen, das Display bei Mac, es ist nicht so... Bei schnellen Bewegungen ist es nicht so klar. Bei den OLED-Bildschirmen ist es schon viel besser. Ja, das schon, aber halt einfach gleich. Also von Helligkeit her... Aber sonst ja. Und alle anderen sind die meisten recht gammelig. Ja, ja. Jetzt die neuste Generation, die haben jetzt auch, zum Beispiel von Razer, haben jetzt auch Mini-LED-Displays. Keine Ahnung, wie gut die sind, aber es entwickelt sich immer in eine richtige Richtung. Mhm. Aber es ist... Ja, ja. Also OLED als Bildschirm, da haben wir ja vor ein paar Folgen darüber geredet, das ist sowieso... Das... Vielleicht noch zu dem, wer braucht die Leistung? Also eben im Moment, ja wahrscheinlich niemand, aber ich bin sicher, wenn es diese Leistung gibt, dann wird es in Kürze auch Anwendungen geben, die die einfach saugen. Aber was denn? Adobe ist da immer... Ja gut, ja. Adobe schafft es immer irgendwie, das Maximum an Leistung rauszusaugen, die ein Computer hertet. Egal wieviel der leistet. Also die, die schaffen jetzt auch aus einem Mac Studio... Ich weiss nicht. Die haben einfach so die Philosophie, wir nehmen alles, was da rum ist. Mhm. Und was ich eben auch frage, ob es wirklich gut programmiert ist oder ob es einfach easy ist. Kann der Fall. Das ist dann... Oder wenn du dann halt kein Mac Studio hast, dann hast du ein Problem. Ja. Weil du benützst die gleiche Software und das... Also die Software, das sind Geschwür. Also das... Ja. Also ich glaube vor allem bei Premieren ist es wirklich... Oder es geht immer extrem lange, bis sie es auch optimiert haben auf die neuen Prozessoren. Ja dann nachher ist es, glaube ich, okay. Aber... Also bei Photoshop und Lightroom, muss man sagen, oder dort ist mittlerweile sind die Macs alle so leistungsfähig, dass es... genüge Leistung rum hat. Auch mit den kleinen. Du hast ja einen M1 Mac Mini, glaube ich. Und ich nehme an, mit dem läuft das Zeug auch flüssig. Ja, tip top. Aber eben, es gibt ja auch noch Intel Macs, es gibt Windows Rechner, und dann muss das alles auch laufen. Und da... Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, die inneren Philosophie. Aber... Es ist ja so. Also und im... Im Videoschnitt ist es dann eine andere Geschichte. Also ich glaube Premiere, das weiss ich jetzt nicht. Ich habe schon lange nicht mehr mit Premiere geschnitten. Ich weiss einfach, wie lange ist es wirklich so gewesen, dass es... massiv mehr Leistung gebraucht hat und viel langsamer gewesen ist, als Apple Final Cut oder als DaVinci Resolve. Also ich schneide mittlerweile mit DaVinci Resolve. Die sind immer super schnell optimiert auf die neuen Geräte. Und auch wahnsinnig effizient, denke es mir. Äh, ja. Hey, ja. Aber eben sonst, wenn man eines braucht, dann kaufen. Äh... Es ist natürlich teuer, muss man immer noch sagen. Also das ist schon... Der Preis ist der Preis. Äh... Der M2 Pro 16 Zoll, also den, was ich vorhin gesagt habe, würde ich kaufen. 16 Zoll M2 Pro, 60 Giga RAM, 1 Terabyte SSD. Der kostet fast 3'000 Franken. Also es ist natürlich schon eine Hausnummer. Und wenn jetzt den ganz grossen M2 Max und so weiter, ähm... mit 32 Giga und 1 Terabyte SSD, dann kostet er 3'850 Franken. Das sind einfach die offiziellen Apple-Preise, die steigen und sinken die dann so ein wenig bei den Retailern wie bei uns. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr teuer. Also muss ich dann schon auch fragen, braucht man überhaupt so ein Pro-Modell oder wie wir es vielleicht einfach das MacBook Air auch tun. Weil für alles, wie irgendwie Office und so Sachen machst, ähm... oder eben auch normale Bildbearbeitung, brauchst du es eigentlich einfach nicht. Ja... Ja, das stimmt. Aber ich meine, es heisst Pro aus dem Grund und das werden sich die Leute überlegen so, oder? Und ähm... Und ich glaube tatsächlich, ich meine, du musst schon auch sehen, wenn du das Gerät kaufst, das behaltest schon vier, fünf Jahre. Ja... Das ist ein guter Punkt. Oder? Und so... Und so Windows-Laptops haben jetzt tausend Sturz ausgesehen. Ich sehe es mit meiner Frau. Ich habe mit meiner Frau vor zwei Jahren oder drei Jahren auf Geburtstag ein Laptop geschenkt. Tausend Sturz. Also wir haben es zusammen. Ich bin da nicht so... Wir haben es zusammen geliked. Das ist da nicht... Aber ähm... Das ist jetzt... Das ist jetzt ein Anschlag, oder? Und sie braucht es nicht viel, oder? Sie braucht es ein bisschen zum Word machen und ein bisschen zum... Ja... So ein bisschen... So ein bisschen... Ähm... Da kannst du ja eigentlich schon wieder ein neues... Es lädelt alles schon so ein bisschen und so... Und ähm... Und das ist ein MacBook, das wäre jetzt... Man hätte mir gescheitere... Ja, hätte schon das Problem. Gerüchte halber übrigens kommt demnächst ein 15 Zoll MacBook Air raus. Das dürfte dann für ganz viele Leute wahrscheinlich eine super Option werden. Ja, das ist dann... Was für ein MacBook Air ist? So ist es 3... Zoll oder wie viel? Ja, genau. 30,3 Zoll, was halt dann schon eher ein kleiner Bildschirm ist. Ähm... Das ist für unterwegs super, oder? Aber wenn du jetzt viel zu Hause brauchst, ist es ein bisschen klein. Und die grossen, eben die MacBooks Pro, die haben dann 16 Zoll. Das ist jetzt das, was ich getestet habe. Aber das ist dann entsprechend teuer und eigentlich hat viel, viel zu viel Leistung für ganz viele Leute. Und darum wäre jetzt ein 15 Zoll MacBook Air, wenn das stimmt und das rauskommt. Ich glaube, das wäre dann für viele Leute die beste Option. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich finde 14 Zoll, ich finde 16 Zoll sind so richtige Totschläge. Ich finde es nicht mehr so portable irgendwie. Ja, das ist 2,1 Kilo. Ich meine, früher hast du 15 Zoll, die so schwer gewesen sind. Also weisst du... Wenn halt auch die Mass, die Abmessung irgendwie... Also ich weiss nicht, es ist ein psychologischer Faktor. Sehr schön. Ähm, du, die Benchmarks kommen alle raus. Ihr könnt alles dann lesen auf digitech.ch. Sollte in dem Fall schon drauf sein, wenn der Podcast rauskommt am Freitag Nachmittag. Genau, ich hoffe es. Dann gehen wir rüber zum... Big Screen. Jetzt habe ich rausgezögert, weil ich das Dokument nicht offen hatte. Jetzt habe ich gemerkt. Big Screen. Samuel hat mit Begeisterung Clarksons Farm Season 2 geschaut. Um was geht es? Also wir lassen jetzt mal Kilo im Dorf. Begeisterung ist ein grosses Wort. Aber ich habe es gut gefunden. Ich muss sagen, ich habe schon die erste Season geschaut. Also um was geht es? Jeremy Clarkson, den kennen wahrscheinlich viele so aus Top Gear und Grand Tour. Das ist so ein britischer Autojournalist und einfach so eine Medienpersönlichkeit, kann man sagen. Und jetzt so auf seine alten Tage hat er angefangen, ein Farm-Programm zu machen. Also so ein Landwirtschaftsprogramm. Wirklich. Das klingt total langweilig zuerst einmal, wenn man nicht etwas mit dem am Hut hat. Aber im Prinzip geht es darum, er hat eine Farm gekauft. Irgendwo in der britischen, ich weiss gar nicht wo genau, auch so auf dem Land dort halt. Und die hat er übernommen. Und jetzt lernt er eigentlich, wie man bauert. Und er hat Hilfe von ein paar Locals, die das tatsächlich können. Und es ist einfach lustig, weil er halt die ganze Zeit auf die Schnorre kalt, blöd gesagt. Also jetzt nicht wortwörtlich, aber er kommt einfach aufs Dach rüber und alles geht natürlich schief. Das ist so ein bisschen das Konzept, das sie auch bei Top Gear und so weiter recht oft verfolgt haben. Und es ist auch immer die Frage, wie viel von dem ist jetzt gescriptet und wie viel ist tatsächlich spontan so passiert. Ich habe das Gefühl, Locals ist ein bisschen weniger gescriptet als bei anderen Programmen. Aber natürlich werden immer noch gewisse Sachen werden sicher geplant sein. Anyway, es geht natürlich wahnsinnig viel schief. Und er ist extrem hart am strugglen. Also er baut dann verschiedene Sachen an, Weizen und Züge und Sachen oder kauft sich Kühe und die künstlich befruchten lassen und so weiter. Und es ist aber nicht so blöd, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Also es ist wirklich, man hat das Gefühl, er probiert es tatsächlich. Also er will es wirklich können oder will es richtig machen. Und er kann es halt aber auch zum Teil nicht. Und es ist ihm aber irgendwie, man hat wie authentisch das Gefühl, es ist ihm eigentlich wichtig. Also bei anderen Sachen hat man immer das Gefühl, es ist so ein bisschen, es muss einfach alles schief gehen und das ist das Konzept und eigentlich ist es nicht scheisse egal. Aber jetzt da hat man wirklich das Gefühl, es liegt ihm irgendwie am Herzen. und auch mit den anderen, mit den Locals, die zum Teil so richtige Stars worden sind vor der ersten Season. Also hat auch der Caleb, der ist irgendwie 23 oder so. Und es ist so ein Bauer, der in dieser Gegend eine andere Farm betreut hat. und er ist jetzt dort so dreingerutscht und ist jetzt in England ein Star oder? Er hat auch irgendeinen Award noch gewonnen für das. Und das ist total herzig, wie er halt mit denen umgeht oder wie die so zusammenspielen. Und es ist nie bösartig. Es wird nie... Die Serie macht sich zum Teil ein bisschen lustig über die Leute, aber nie auf eine böse Art, sondern immer irgendwie liebevoll. Und der Einzige, der wirklich aufs Dach kommt, ist der Jeremy Clarkson selber. Und das ist auch okay, weil der kann sich sagen, ja, der verdreit es. Oder er hat es einfach verdient. Ja, und es gibt dann so... Also vom Prinzip her... Ich weiss auch nicht... Er fährt dann irgendwie mit einem Pflug in den Strommasten und dann geht natürlich den Pflug kaputt und der Strommasten fällt halb um und dann wird er da halt völlig fertig gemacht für das. Und du merkst wirklich, der versinkt fast im Boden vor Scham. Oder er will das Restaurant aufmachen und hat dann so Gegenwind von der Gemeinde, weil er natürlich Zeitbewilligungen braucht und die Gemeinde ist eigentlich eh schon recht schlecht auf ihn zu sprechen, weil er hat vorhin so einen Farmshop gehabt und das hat irgendwie den ganzen Verkehr verstopft und niemand mehr ist in das Dorf und nicht draussen. Und darum hassen sie eigentlich alle ein bisschen und er muss dann wirklich so an die Gemeindeversammlungen und denen das irgendwie schmackhaft machen und so. Äh, ja. Also es ist wirklich recht, recht cool gemacht und ich finde es ist einfach auch schön produziert. Es sind so super schöne Landschaftsaufnahmen von dieser englischen Countryside und ich löse es einfach irgendwie gern. Es ist so entspannt und halt eben lustig. Äh, ja. Es ist jetzt nicht so aufgeregt. Es läuft auf BBC Prime seit einer Woche, glaube ich. das ist jetzt die zweite Staffel. Amazon Prime, oder? Nein, was? BBC oder Amazon Prime? Äh, BBC, Entschuldigung. Amazon natürlich. Oh nein, es läuft nur auf Amazon Prime. Ja, gar nicht auf BBC. Ja, genau. Nein, nicht auf BBC. BBC hätte ihn ja ausgespickt. Ja, das wäre weird, wenn er dort nochmal einen Gig bekommen hätte. Ja, genau. Äh, nein, auf Amazon Prime läuft es. Und es hat, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube 10 Folgen. Es ist jetzt die zweite Staffel. Ich finde die zweite Staffel ist auch besser als die erste. Es hat irgendwie so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Dramatik und es ist ein bisschen spannender als die erste. Macht er dann seine andere Autoshow nicht mehr? Mal, mal. Also, die Grand Tour haben sie jetzt einfach reduziert auf so Specials. Also, am Anfang haben sie ja glaube ich drei Staffeln lang so, ich glaube 10 Folgen gemacht. Irgendwie drei Staffeln an 10 Folgen. Mit so einem Zelt und den Gästen und Publikum und so. Und jetzt mittlerweile machen sie, ich weiß nicht, einmal, zweimal im Jahr oder so, glaube ich ein Special. So grössere Geschichten. Ja, genau. Ja. Das, was schon Top Gear eigentlich am x-coolsten war, wenn sie die Specials gemacht haben. Genau. Ähm, ja. Ähm, ja, ich finde, ich habe ja die ersten zwei Folgen geschaut. Ich finde, ja. Ich finde, Jeremy Clarkson ist wie, es ist einfach, der ist einfach, der ist stur. Ja. Er ist natürlich nach wie vor ein lustiger Sieg. Und, äh, logischerweise, und er hat eine gewisse, mhm, wie soll ich sagen, ja, eine gewisse Demut, die er dort an den Tag legt, die man sonst nicht von ihm kennt und so. Wo vielleicht das Ganze jetzt irgendwie noch ein bisschen rausholt. Aber ich finde, er ist schon, ich finde, man kann, 20, 23 ist so. Es ist nicht mehr seine Zeit. Es wiederholt sich halt. Es wiederholt sich, und er ist so wirklich der Prototyp. Äh, ich meine, klar, da kann man jetzt darüber reden, was er nebenbei so rauslässt auf Twitter und so, wo er überhaupt nicht geht. Darum habe ich auch gar keinen Bock, dem irgendwie irgendwie zuzuschauen. Das kommt dazu. Und er hat halt die Hauptrolle in dem Ding. Ähm. Da bin ich komplett aus dem Loop. Was lässt er denn sonst so raus? Ja. Das geht schon. Angefangen hat es ja davon, dass er überhaupt, äh, damit er so bei BBC auch rausgestellt worden ist. Das habe ich noch mitbekommen, ja. Ja. Weil er ein Produzent da in so die Schnorren gehauen hat. Also es hat sich auch als wahr rausgestellt? Ja, das ist ja. Das ist wirklich so. Ja, ja. Also ich glaube, die Gründe sind so ein bisschen, äh, weiss ich auch nicht. Er hat sich natürlich dann gerechtfertigen, und es sei halt irgendwie die Kultur gewesen. und er hat sich entschuldigt. Und zwar, aber er hat meistens Schnorren gehauen. Das ist einfach Fakt. Ich meine, das fängt schon an. Das ist nicht irgendeiner, sondern irgendwie einer, der am Buffet gearbeitet hat. Oder? Also es ist irgendwie, nicht irgendwie einer, der auf Augenhöhe ein Producer oder irgendetwas, sondern irgendjemand, der dort im Catering gearbeitet hat und nichts dafür konnte. Ja, okay, ja. Also so ist es gewesen. Ja, und auf Twitter lädt er halt irgendwie gegen Meghan Markle und so, späutzt er die ganze Zeit irgendwie, wo einfach, also wirklich ins Rassistische reingeht und so. Das finde ich, finde ich extrem. Also, die Kolumne hat er vor allem geschrieben, oder in The Sun. Ah, da hat er die Kolumne geschrieben, ja. Und hat jetzt aber auf Twitter nochmal, ja, und hat aber auf Twitter nochmal nachgedoppelt, oder? Ah, das weiss ich ganz einfach nicht gesehen, aber die Kolumne ist natürlich, also er hat, er hat total unter der Gürtellinie, er hat irgendwie, richtige Hassrede eigentlich dort geschrieben, mit so, er hat so eine Parallele gemacht, so einer Game of Thrones Szene, er hat gesagt, er hasse Meghan und er träume davon, dass sie müsse, ich weiss nicht, nackt durch die Strasse laufen mit Scheisse beschmissen wird, in Anlehnung an die Game of Thrones Szene, wo Cersei Lannister das machen muss, oder? Und, äh, das ist durch Gott überhaupt nicht, also, das ist keine Ahnung. Dann habe ich auch keinen Bock mehr, hat er sich entschuldigt für das? Ausführlich, also, so, wie so, im Vergleich zu anderen Entschuldigungen, also, jetzt nicht von ihm, sondern generell, wenn so etwas passiert, oder, es ist immer ganz schwierig, von so etwas zurückzukommen, wenn du irgendeinen Scheisse lachst, und jetzt, im Vergleich zu anderen, habe ich wirklich sagen, mal, das ist ja so eine der Besseren, die ich je gesehen habe, also, er hat, extrem Verantwortung übernommen, und so weiter, aber er hat es auch gleich gemacht, also, sonst bringt halt dann das auch nichts mehr, oder, wohl, es bringt etwas, aber es macht es nicht ungeschehen, oder? Ähm, darum eben, also, der Guardian hat es aber recht schön auf den Punkt gebracht, die haben das auch reviewt, Clarkson's Farm, und haben ihn getitelt, ähm, es sei schwierig sich zu vorstellen, wie er, wie er einem eins schlägt, oder eben auch mit Meghan Markle, das sei eine komplett andere Seite, als er zeigt, in dieser Serie, also, das ist so, Tag und Nacht irgendwie seine Persönlichkeit, und jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, aber du hast gesagt, du hast dann gar keine Lust mehr, um es zu schauen, wenn du weisst, wie der, wie der sonst so tut, zum Teil, ähm, ja eben, kannst du jetzt da die Person von der Kunst, trennen, oder von der Kunst, von der Inhalte, ich finde jetzt, da kann ich es, persönlich, aber das ist so eine, persönliche Entscheidung. Ich meine, ich schaue manchmal an das Waldwochendaily, einfach zu mich aufregen, also weisst, kann ich es sicher nicht auch trennen. Zum Bachbär da morgen. Ich kenne ihn nicht so gut, aber, ich kann, also mich regt er irgendwie nicht auf, ich kann da wie, für mich ist es einfach ein lustiger Krawallmacher, ich kann da wie gar nicht ernst, nein, also, ich habe das Gefühl, ich habe die Kolumne, das ist so völlig übertrieben, das, ja, nein, logisch. das ist so einfach, das ist einfach Klamauk. Ja, so wie der, wie der Thiel. dass er es völlig ernst meint, ich weiss es einfach nicht. Nein, es ist schon Klamauk, da hast du völlig recht, aber irgendwo hat es doch Grenzen, wo selbst der Klamauk nicht mehr lustig ist, oder das gibt, die überschreitet er halt immer wieder mal. Aber grundsätzlich, ich habe das Gefühl, er sieht er so genau wie du, er findet, ja, das ist ja einfach alles überspitzt und seine Masche. Es ist ja auch Teil von einem britischen Humor, oder, dass man einfach immer mal möglichst derbt reinhaut, um irgendeine Reaktion zu rufen. Mag schon so sein, ja. Es ist das, was Andreas Thiel zum Beispiel auch gemacht hat, und dort komplett nebengegriffen hat, wo ich am Anfang auch geschätzt habe, und dann irgendwie er fand, das geht nicht, aber auch gut. Da können sich alle selber eine Meinung darüber bilden, wer es Amazon Prime Abo hat, der kann es dort auch schauen, und wenn ihr keine Ahnung habt, könnt ihr ein Probe-Abo machen, um alles voll nehmen oder auch einfach sein lassen. Ähm, wir haben noch ein Spiel, wo wir diskutieren wollen, ein Game, bevor wir nachher eine kurze Pause machen, und David verabschiedet, und dann den Last of Us noch die fünfte Folge diskutieren. Du hast Like a Dragon einen Isshin gespielt, Domi. Ich bin sehr gespannt. Es ist ein Remake von einem Yakuza-Spiel. Yakuza, die grosse Spielserie, die ab den 80ern fängt zu spielen bis zu der heutigen Zeit in Tokio. In diesem Fall aber, Isshin spielt, glaube ich, im 19. Jahrhundert, wenn es mir recht ist. Ja, eigentlich im 19. Jahrhundert, genau. Genau. Und das ist mehr im Samurai-Stile. Ich habe mir das Game in Tokio gekauft, als ich vor drei Jahren war, weil es gibt es nur auf Japanisch. Ich habe es dann probiert zu spielen, ich habe es auch eineinhalb Stunden gespielt und dann sei klar, weil es zu schwierig war. Das geht nicht auf Japanisch spielen, es ist so kompliziert und so viele Dinge, die passieren, ja. Aber schön, dass du es probiert hast. Ja, weisst du, mit einem YouTube, der einen simultan übersetzt, noch nicht mehr Pause machen und nach einem weiter schauen, sonst ist es das höchste Anspruchsfall gewesen. Das klingt sehr anstrengend. Genau, wie du richtig gesagt hast, es ist ein Remake und das Spiel ist ursprünglich nur in Japan herausgekommen, weil es ja die Serie bei uns lange Zeit recht schwer hatte. Es war eine recht unbeliebte Serie im Westen und darum haben sie sich entschieden, dazumal 2014 das ausserhalb von Japan nicht zu veröffentlichen. Vor allem auch, weil es so ein japanisches Spiel ist, jetzt in diesem Beispiel. Es ist halt wirklich japanische Geschichte, Samurais und so. Und dann haben sie gedacht, das interessiert den Westen nicht. Aber mittlerweile ist die Serie international riesig geworden und sie heisst auch nicht mehr Yakuza. Das ist auch die grosse Verwirrung im Moment, sondern sie heisst neu Like a Dragon. Und Like a Dragon so heisst sie eigentlich von Anfang an auf japanisch. Ryu Ga Gotoku ist es auf japanisch und jetzt heisst es überall auf der Welt Like a Dragon. Und jetzt bekommen wir das Remake zu Isshin. Und das Remake, das ist wahnsinnig, ich glaube, in einem Wort beschrieben. Kann man sagen, es ist wahnsinnig, wie alle Yakuza-Games bisher. Du übernimmst Trauen von einem Samurai eben im 19. Jahrhundert am Ende einer historischen Edo-Periode in Japan. Und diese Periode war sehr spannend, weil Japan dort kurz vor dem Bürgerkrieg stand. Es sind westliche Mächte, sie waren vor der Tür von Japan, sie haben gefordert, dass sich das Land öffnet. Und innerhalb von Japan gab es mega viel Spannung zwischen zwei Gruppierungen. der Loyalisten, der dem Kaiser gegenüber loyal waren, und der Militärdiktatur vom Shogun. Und die haben sich innerhalb des Landes fast bekriegt. Und in dieser Zeit spielt das Ganze. Und du bist Teil der Loyalisten, du bist ein Samurai, der für den Kaiser kämpft und gegen die Shogunate, gegen die Militärdiktatur. Und du wirst da in einen riesen Komplott hineinzogen. Dein Vater wird ermordet und der Vater war der Anführer der Loyalisten-Bewegung. Und du musst herausfinden, wer das dein Vater ermordet hat und wieso vor allem. Und eben, die Geschichte fällt klein an, sehr persönlich, aber entwickelt sich zu einem riesigen Ding und ist mega cool in historische Fakten verbunden. Also wenn du dich mit japanischer Geschichte auskennst, wirst du immer wieder mal so bekannte Persönlichkeiten sehen, die du gehört hast. Und so Sachen, die du machst, haben dann wie Einfluss auf die japanische Geschichte. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Von dem her eben, jeder, der sich nur ansatzweise für japanische Geschichte oder Kultur interessiert, kann ich es absolut empfehlen. Und das Herz des Ganzen ist sozusagen das Kampfsystem, wie in allen Yakuza-Games. Weil, zum diesen Mord aufklären, musst du ganz serietypisch durch unzählige Gegner kämpfen. Und im Vergleich zu den normalen Yakuza-Games, wo du ja vor allem mit den Fäust kämpfst, hast du ja natürlich Schwerter. Du hast aber nicht nur Schwerter, sondern auch Schusswaffen. Weil in dieser Zeit, am Ende der Edo-Periode, haben eben die westlichen Mächte neue Technologien ins Land gebracht. Unter anderem auch Schusswaffen und andere industrielle Technologien. Und dann kannst du dich als Samurai mit Schusswaffen und Katana durchkämpfen. Und das Kampfsystem ist wirklich so gut, es ist so flexibel, du hast vier verschiedene Kampfstile, du hast mega spezielle Finisher, die du machen kannst, die so brutal und übertrieben inszeniert sind. Es ist so eine Brutalität im Spiel, das du gar nicht mehr ernst nehmen kannst. Du erscheissst Leute links und rechts, aber du bist eigentlich voll der Held. Und es stirbt eigentlich auch niemand, obwohl du 50 Schüsse in jemanden abgeballert hast. Also es ist wirklich so mega abstrakt. Und es passt eigentlich auch nicht zu dieser ernsten Geschichte und zu diesem historisch akkuraten Setting. So ein abgedrehtes Kampfsystem, aber irgendwie passt am Schluss alles zusammen. Das ist so ein Markenzeichen. Es bringt so Sachen zusammen, die eigentlich nicht funktionieren zusammen. Die Ernsthaftigkeit und die Absurdität auf der anderen Seite. Und neu im Kampfsystem, das hat es im Original noch nicht gegeben, hat es noch so Soldatenkarten. und die bringen die ganze Absurdität nochmal auf ein neues Level. Mit diesen Soldatenkarten, die kannst du während dem Kampf einsetzen und mit denen kannst du dann wirklich fucking crazy Spezialangriff starten. Du kannst Leute mit Blitz angreifen, du kannst Leute mit Feuersalven bearbeiten, Killerbären kannst du auf Leute los schicken oder irgendwelche Digger. Und das ist wirklich so over the top und so verdammt unterhaltsam. und nach dem hundertsten Mal, wenn du es gemacht hast, finde ich es einfach lustig. Du lachst einfach darüber, wie absurd das Spiel kann sein. Und dann im nächsten Moment bist du in einer sehr ernsten Cutscene und rennst fast, weil etwas Dramatisches passiert ist. Der Kontrast ist so geil in diesem Spiel. Das war immer die Stärke von Yakuza. Yakuza hat immer in einem Quartier eigentlich nur von Tokio gespielt. Es ist zwar Open World, aber sehr, sehr eng. Es ist eine sehr kleine Open World, genau. Es ist eine sehr kleine Open World, aber du kannst so viel machen dort drin. Du kannst in fast jeder Lader hineinlaufen. Du kannst Hostess-Clubs betreiben. Du kannst Golfabschläge üben, Arcade-Sachen spielen und so. Wie ist das seitdem jetzt? Hat es das auch? Oder spielt es ganz allgemein? Hat es all die Sachen, die du neben der Hauptstory machen kannst? Ja, ich habe das Gefühl, es hat noch viel mehr als in den Hauptspielen. In meinem Review habe ich ein paar Sachen rausgeschrieben, die mir besonders gefällt. Du hast natürlich wieder Karaoke, das hast du in der Hauptspiele auch gehabt. Was? Es gibt Karaoke? Sondern einfach auf der Bühne, singst einfach und die Leute hören dazu. Also du hast sozusagen Karaoke erfunden. Das ist wahrscheinlich der erste Mensch, der das gemacht hat im 19. Jahrhundert. Du kannst an einem traditionellen japanischen Tanzkurs teilnehmen. Du kannst in einem Bordell um die Wette trinken. Du kannst bei illegalen Hühnerrennen mitmachen und dein Geld ausgeben. Und sogar so eine ganze Landwirtschaftssimulation hat sein Spiel geschafft. Du kannst so ein Landhaus kaufen und dort Gemüse anbauen. Das Gemüse kannst du verkaufen, um neue Deko für dein Haus zu kaufen. Du kannst in diesem Haus kochen. Also es ist wirklich crazy, wie viele Sachen neben den Hauptmissionen kannst du machen. Das hat sich nicht geändert im Vergleich zum Hauptspiel. Zum Glück. Und es spielt aber auch Tokio oder wie? Es spielt in Kyoto, beziehungsweise Kiyo hat es dann geheissen. Und ja, es ist dementsprechend eben, es sieht aus, weiteres als japanisches Dorf würdest du vorstellen. Und es ist wirklich mega viel Liebe zum Detail umgesetzt und vor allem in der Nacht, wenn du nur so wenig beleuchtet hast. Du hast ja keine Elektrizität und nichts. sondern nur so kleine Laternen, die überall rumhängen und so. Vor allem in der Nacht sieht es dann auch super cool aus. Und manchmal bin ich wirklich nur durch die Strassen gelaufen, langsam um die Atmosphäre einzusaugen, weil es einfach so eindrücklich war. Ein Punkt, der mich ein bisschen gestört hat, Simon, du weisst es ja sicher, die Like a Dragon bzw. Yakuza Games sind ja sehr, sehr lange Games, wo du sehr viele Wiederholungen machen musst, sehr viel grinden, sehr viel Materialien musst sammeln, Geld musst sammeln, um weiterzukommen, oder? Ja, voll. Und du kannst es auch wenn du straight up schnell probierst durchzuspielen, das geht schon auch, aber du verpasst halt auch viel. Es hat mega viele Sidequests, die Nebenstorys habe ich fast spannender gefunden als andere. Ja. Das heisst, es ist eine Investition, wirklich. Ja. Also es geht unter 60, 70 Stunden, da kommst du nicht davon. Ja, voll. Und hier bei Isshin habe ich gefunden, haben sie den Grind-Gameplay-Loop auf die Spitze dritten, weil es ist wirklich für die kleinsten Upgrades, die du machen kannst, für deine Schwerter oder Ausrüstung, du musst wirklich so absurd viele Ressourcen sammeln, dass es vor allem am Anfang des Spiels nicht mehr Spass macht. Und das Sammeln dieser Ressourcen ist mit mega repetitiven Aufgaben verbunden. Du musst tausend Sachen gleichzeitig machen, tausend Sachen gleichzeitig sammeln. Und vor allem am Anfang hat es mich abgelöscht. vor allem mit der Experimentierfreudigkeit. Du hast eigentlich sehr viele Möglichkeiten, die du ausprobieren kannst, aber das alles ausprobiert ist einfach unmenschlich. Du kannst nicht so viel Zeit investieren in das Spiel. Ja, voll. Cool. Auf welchen Plattformen ist es alles? PC und alle Konsole aus der Switch oder Maschine? Genau, das kommt auf allen Konsolen Last-Gen und Current-Gen raus. Und zwar am 21. 2020 ist der Zweite. Sehr schön. Ist es Game Pass? Nein, nicht. Nein, das ist nicht Game Pass. Aber ich glaube, ein paar alte Yakuza-Games sind immer noch im Game Pass. Sind alle drinnen? Sind immer noch alle drinnen? Also ich wüsste nichts anderes. Ähm. Die Letzte, die ich weiss, aber es sind ja, ja. Die kann man schon. Man kann sich die alle geben. Aber es ist eine Lebensaufgabe. Es ist so, ja. Aber Isshil ist ein guter Einstiegspunkt in der Serie, weil du musst nichts kennen von der Hauptgeschichte. Ja. Weil eben von den Hauptspielen gibt es mittlerweile sieben. Oder ein wenig mehr, wenn die Spin-Offs dazuzählst. Und da musst du wirklich nichts kennen. Von dem her, wenn das Gefühl für den Humor und das Gameplay der Serie, das du bekommst, ist sicher kein schlechter Einstiegspunkt. Sehr schön. Like a Dragon Isshin. Wir verabschieden dich David. Tschüss. Danke, dass du da warst. Und du hast mit uns ein wenig über Basics gesprochen. Nein, über Basics. Nicht über Basics. Danke. Und sind dann gleich wieder zurück für den Last of Us. Spoilercast heißt das Segment. Und es geht um den Last of Us. Die fünfte Folge, die wir jetzt besprechen wollen. Domi, du hast die Folge geschaut und hast dir deine Gedanken dazu aufgeschrieben. Wir hängen dich ein. Ja, genau. Also zuerst mal ein kurzes Recap, bevor wir in die Details gehen. Was ist in dieser Episode passiert? Sehr viel. Ich glaube, es war wahrscheinlich die ereignisreichste Episode bisher. Und meiner Meinung nach auch eine der besten bisher. Aber zu diesem kommen wir dann her. Also, was haben wir gesehen? Wir haben in dieser Episode gesehen, wie die ganze Revolution in Kansas verstanden ist gegangen. Weil in der vorletzte Episode, wo Ellie und Joel auf Kansas kamen, haben wir ja schon gesehen, dass die Regierung weg ist. Also, Fedra ist weg. Und es war eine revolutionäre Gruppierung an der Macht. Und jetzt sehen wir, wie das Ganze passiert ist. Und wir sehen auch, wie Kathleen, also die Anführerin dieser Gruppierung, wie herzlos und brutal sie während dieser Revolution vorging. Und diese Revolution sehen wir vor allem aus der Perspektive von Sam und Henry. Das sind zwei Brüder, die vor der Revolution und vor Kathleen fliehen müssen, weil Henry etwas gemacht hat, was Kathleen ganz und gar nicht gefallen hat. Was das ist, erfahren wir dann im Verlauf der Episode. Und wir verfolgen Sam und Henry, wie sie überleben in diversen Häusern, wie sie nach Essen suchen. Und wir sehen auch, wie sie dann auf Joel und Ellie treffen. Und das haben wir ja in der vorletzten Episode am Schluss gesehen. Joel und Ellie werden aufgeweckt von zwei Personen, die in eine Waffe ins Gesicht strecken. Und jetzt wissen wir, die zwei Personen sind Sam und Henry. Und ja, nach anfänglichen Spannungen bei der ersten Begegnung entscheiden sich die zwei Gruppierungen zusammen weiterzumachen. Weil Joel kann offensichtlich gut schiessen und Leute umbringen. Und Henry kennt sich gut der Stadt aus. Und darum sagen sie, wenn wir zusammen spannen, überleben wir das Ganze hier vielleicht eher, als wenn wir allein weitermachen. Und gesagt, getan, sie fliehen aus der Stadt raus, durch ein Tunnelsystem, wo sie zuerst Angst hatten, dass es voll Infizierte sein wird. Aber, als wir unten in der Tunnelsie waren, hatte es nichts. Alles war gut. Und sie schaffen es tatsächlich, aus der Stadt raus zu fliehen. Sie kommen irgendwo raus, in so einem kleinen Suburb. Es sieht alles gut aus. Sie freuen sich, dass sie es geschafft haben. Und plötzlich werden sie von einem Sniper angegriffen am Ende der Strasse. Und dann eskaliert es. Kathleen kommt. Ihre ganze Armee kommt. Es gibt Explosionen. Aus dieser Explosion gibt es ein Loch in der Erde sozusagen. Und aus diesem Loch heraus kommen plötzlich Hunderte Infizierte und bringen ganz viele Menschen um. Unter anderem, Kathleen, und ganz viele Soldaten, die dort mitkommen. Joel, Ellie, Henry und Sam können fliehen. Sie nutzen das Chaos und fliehen aus dieser Situation und verschanzen sich in einem Hotel. Wir erfahren nachher, leider, dass der Henry Bissen, nein nicht der Henry, der Sam, das ist ja der kleine Bruder, dass der Sam Bissen wurde. Und am nächsten Morgen erfahren wir auch leider, dass der Sam tatsächlich infiziert ist. Er greift Ellie an. Henry sieht sich gezwungen, Sam zu töten. Und er tötet sich darauf aber selber, weil er nicht mit dem leben kann, was er gerade gemacht hat. Ellie und Joel begraben sie und machen sich nachher auf den Weg Richtung Westen, wo sie ja Richtung Tommy, also Joel, seinen Bruder weg gehen, um Ellie dort an den Fireflies übergeben. So, das ist plus minus das, was hier passiert ist. Und bevor wir so in die Details rein gehen, würde mich vielleicht so ganz allgemein von euch interessieren, wie habt ihr die Episode overall gefunden, weil eben für mich ist es, ja vielleicht finde ich die dritte Episode immer noch ein bisschen besser, aber ich finde in dieser jetzt hier ist wirklich alles passiert, es ist so ein perfektes Pacing gewesen, es ist so verdammt unterhaltsam gewesen, viel Action, aber auch viele Emotionen, also besser kann man es fast nicht machen. Ja voll, ich habe sie leer geschluckt, das ist eine Stunde lang, glaube ich, und habe gedacht, oh jeiss, das kann wirklich in beide Richtungen gehen, aber ich habe sie auch sehr, sehr, sehr gut gefunden, es passiert wirklich alles. Was mich ein bisschen komisch dinkt, das Einzige, wo sie so ein bisschen, hä, ist, dass sie durch das Tunnelsystem gehen und dann sind sie plötzlich auf der anderen Seite, irgendwie ist mir das schnell gegangen, ich bin ja gar nicht daraus gekommen. Sie machen ja dort eine Pause in dem komischen Schulzimmer, wo die ja dann nachher so ein bisschen die Beziehung zwischen Ali und dem, wie heisst er, sorry, Sam, der Kleister Sam, ja. Wo die zwei so ein bisschen sich, es klingt nicht näher, aber so ein bisschen miteinander halt, ja, fuck, sich befreunden, anfreunden, ja, man ist nachtjährig, sorry. Aber das ist, das habe ich sehr cool gefunden und so, dann aber plötzlich, sie machen dort eine Pause und dann plötzlich sind sie draussen, komisch. Ja, ja. Und der Rest ist natürlich massiv in den Overkill, wo die Infizierten daraus kommen, das muss auch sein. Es ist ja dann eben doch auch noch eine Zombieserie, oder? Ja, und ich finde, wir haben recht lange keine Infizierte, jetzt mal gesehen. Ich glaube, in der letzten Episode sind gar keine vorgekommen. In Episode 4 und in Episode 3 sind nur irgendwie zwei, drei vorgekommen und jetzt, wenn sie mal wieder vorkommen, ist es dafür umso krasser. Es kommen jetzt hundert raus und noch der riesen Bloater, der kommt. Von dem her finde ich es echt gut, dass so in Wellen kommt, zwischen dir nichts hast und dann, was dann wirklich wieder so weit ist, hat es umso mehr Impact. Ja, voll. Das habe ich auch gefunden, ja. Also generell, ich habe es auch, ich habe auch am Anfang gefunden, das ist wahrscheinlich die zweitbeste Folge nach der dritten bis jetzt für mich. Und am Schluss war ich eigentlich so weit, dass ich fand, das war mindestens so gut. das war, weil sie so, weil sie so, sie hat mehr eben irgendwie, also die andere ist einfach wie traurig und tragisch und schön gewesen und jetzt die macht irgendwie das und dann aber auch extrem viel Spannung und so das ungute Gefühl, das man recht lange hat und dann am Schluss die riesen Schocker-Momente. Also, ich habe sie grossartig gefunden. Sie heisst ja, endure and survive und das ist wirklich, ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. Also die ganze Folge war ich eigentlich am Enduren, also am Aushalten. Ja. Ja, aber es hat ja wirklich, es hat ja schon ein paar ruhige Minuten gegeben, oder? Ja, aber die sind eben so, also das stimmt, wo Kinder so ein Kind sein konnten, das habe ich sehr schön gefunden, aber es ist gleichzeitig auch irgendwie schlimm gewesen, weil man halt, weil es so vor Augen geführt hat, wie es, wie es normal wäre, oder? Und dann wäre es ja wieder draus gerissen und umso schlimmer. Es hat eine Szene, zu dem, wo eine besondere Erinnerung ist geblieben, im Hochhaus, wo sie noch waren, und Joel und Henry schauen so raus und planen und Ellie und Sam sind hinten am Spielen oder was auch immer und dann lacht Sam plötzlich. Und Henry ist dann so erstaunt und sagt, hey, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. So etwas Kleines, wie ein Kinderlachen, dass es etwas Aussergewöhnliches ist in dieser Welt. Und eben umso tragischer, wenn du so zurück schaust auf die Szene, wenn du weisst, was mit Sam passieren wird. Und dass er mit Ellie so gebunden hat in dieser kurzen Zeit, das ist sehr tragisch. Ja. Das ist krass. Und der Aufstand fängt ja auch an mit dem Aufstand, den du siehst, wie die zwei, so zehn Tage vorne. Ja. Du checkst nicht richtig, wie lange das Flashback irgendwie her ist, und dann merkst du, ah, das ist erst zehn Tage her. Und das finde ich auch noch sehr krass, weil die verschiedenen Momente sich unterscheiden. Oder sie sind auch unter Megadruck, weil die ganze Stadt sucht sie eigentlich. Und die anderen müssen sich hinverstecken, weil sie dort am Anfang einen Konflikt mit Disney wo sie irgendwie abpasst haben, oder? Wo er dort auf der Strasse gestanden ist und er einfach nach ihnen vorbeigefahren ist. Es ist ja, es ist schon, es ist recht abgefahren, die Kontraste in dieser Serie. Und er ist, ich glaube, ich bin eben beim Game, genau am Anfang von dem, ich bin am Anfang von dem Segment beim Game, soweit bin ich wohl, nachher habe ich es nicht mehr weitergespielt. Wie ist es beim Game? Ich habe es nicht gespielt. Der Domi? Also jetzt, was in der Episode passiert ist sozusagen. Mehr darfst du nicht erzählen, sonst Spoiler ist uns auch. Ja, das Game, obwohl der Film behauptet, ich würde das Game dann irgendwann noch spielen, nachdem ich die Serie gesehen habe. Ich mache es nicht mehr. Ich habe es schon viermal angefangen auf drei verschiedenen Systeme. Ich mache es nicht mehr. Ich komme jetzt noch einmal nach der Serie. Vielleicht kannst du dann noch ein bisschen mehr Bindung zum Charakteren. Ich glaube, es ist recht ähnlich. Der Ausgang ist gleich. Sam stirbt und Henry stirbt. Wie man dort kommt, ist etwas anders. Die ganze Hintergrundgeschichte der revolutionären Bewegung wird nicht erklärt. Im Spiel sind es einfach Gegner, die du töten musst. Du hast ja auch keine Möglichkeit, Perspektive zu wechseln. aus dem Spiel. Das hast du hier sehr gut. Ich finde es super, dass sie das machen. Im Game hast du einfach Joel und Ellie die ganze Zeit verfolgen. Hier lösen sich die Freiheit und schauen auf die andere Seite und machen die ganze Situation noch einmal etwas dramatischer. Du weisst, wer auf der Gegenseite ist. Es sind nicht irgendwelche anonymen Raider, die du einfach nicht ermetzelst, sondern du weisst, wie sie zu dem wurden, wie die Revolution ging usw. Von dem her ist der Ausgang recht ähnlich, aber das, was zwischendrin passiert, hat es einen Unterschied gegeben. Ich glaube auch, der Abstimmung mit Sam und Henry ins Spiel war etwas länger. Logischerweise länger als eine Stunde. Aber ich hatte das Gefühl, wenn man es auf die Serie adaptiert hat, hätte es auch mehr als eine Episode sein können, die sie zusammen verbracht haben. Ah, okay. Ich fand es recht krass, es war so zwei Teile. Der erste Teil dieser Folge war wirklich so serienmässig, mit den Hintergrundgeschichten und nachher wechselte es, die in die Tunnel hineingehen. Und dann bin ich in einem Game. Also dann kann ich mir 100% vorstellen, wie du das im Game durchspielst. Und dann kommen jetzt auf die Strasse raus, dann kommt der Sniper. Der Sniper, ja genau. Das ist eine der ikonischen Szenen aus dem Game. Und dann spielst du wahrscheinlich Joel, nehme ich an. Darum musst du den anderen den Rücken frei halten, während sie flüchten. Voll. Du musst zuerst als Joel dich vorne schleichen bis zum Sniper. Im Game gibt es noch mehr Leute, die auf dem Weg auf dich warten. Und dann ist es eine Problematik, du musst die Leute ausschalten, aber gleichzeitig die Taste vom Sniper nicht verwutschen. Und dann, genau wie du richtig sagst, tust du den Sniper töten und schaust dann, dass Ellie, Sam und Henry überleben. Aber das fand ich extrem geil, dass sie es übernommen haben. Einfach weil ich es nicht erwartet hätte, dass sie es machen würden, weil es so eine gamige Situation ist. Es ist super, dass ich das Game gespielt habe. Ich fand es grossartig, zu schauen. Ja, es hat chest high walls. Ich meine, das hat alles Es ist alles so, wirklich wie in jedem Game. Es sieht wirklich aus wie in einem Game. Es kann nicht ein Versehen sein. Es ist wirklich extra gemacht, das habe ich auch gefunden. Mega. Und das finde ich auch noch geil an dieser Serie, die Game-Herkunft, das tut es nie irgendwie verleugnen und probiert es auch nicht irgendwie erzwungen irgendwie das abzustreiten. Es tut es sehr organisch irgendwie das Einbau. Sonst merkst du, ah ja, das ist immer ein Game. Auf der anderen Seite gibt es halt viele Sachen, weil ich meine, im Game schnorren die halt immer während dem Laufen und so. Und du kannst ganz viele Sachen vermitteln, wo du jetzt da halt irgendwie andere Mittel musst suchen, um es zu vermitteln. Und das gelingt ihnen recht cool. Und ich finde auch die Rückblicke, auch wenn es manchmal so dazu tendiert, alles ein bisschen, noch ein bisschen zu fest zu erklären, so. Ich finde die Rückblicke aber dann trotzdem, es geht gerade noch. Also weisst du, aber manchmal, du musst jetzt nicht für jeden Scheissdreck, musst du den Leuten nicht noch das erklären. Wir haben im Falle auch noch Vorstellungskraft. Man könnte schon auch selber denken, so. In dem Fall jetzt, ja, ist es gerade gegangen, aber ich, nach fünf Minuten mehr, und es wäre, es ist okay, ich habe es jetzt verstanden. Sie haben nicht einen Aufstand geübt gegen die anderen, und sie suchen irgendwie Dizzy, und es gibt Verräter, und es ist alles eine scheisse Welt, und so. Okay, erzähl weiter so. Es ist mir gerade, es ist gerade an der Grenze für mich. Die Grenze, ja. Aber cool. Wie fand ihr Kathleen allgemein, weil mit der letzten Episode recht viele Leute Probleme hatten, weil sie ihr dann nicht abkauft haben, dass sie Anführerin ist. Aber ich finde eben, in dieser Episode ist es ziemlich gut erklärt worden, wie sie dort rein kam. Also eigentlich gar nicht freiwillig. Und ich finde es umso besser, wie sie es gecastet haben mit ihr. Es passt mega gut. Sie will eigentlich, sie will sich gar nicht wollen. Mit ihrem Fifi. Und ist einfach jetzt komplett verrückt und handelt aus Hass, nicht aus Liebe. Ich finde, das ist so wieder der Unterschied, oder? Zwischen Henry, der aus Liebe etwas gemacht hat, und sie handelt jetzt nur aus Hass, und stürzt ihre Leute sozusagen ins Verderben. Also ich habe diese Episode super gefunden. Mega. Ich finde auch ihre Komparsen da, der krasse, harte, arme Dude mit dem Bart. Ja, ja, ja. Ich weiss nicht, wie er geheiss hat, aber der braucht es irgendwie. Der macht das Ganze noch viel absurder. Weisst du, wenn es den nicht gehabt hätte, dann wäre es, ja irgendwie, es ist schon eine Karikatur von sich selber. Weisst du, wo sie dort im Kinderzimmer steht und so. Eigentlich finde sie es, ja. Übrigens, der Soldatentyp hat hier den besten Tod bis jetzt angefangen. Er ist ja von diesem riesen Bloater-Infizierten zerrissen worden. Ah, er ist der Kopf weggerissen worden. Ja, genau. Das ist so ein ikonischer Tod aus dem Spiel. Also wenn du so einen verwirschst, dann hast du wirklich gesehen, wie er so das Maul aufreisst vom Joel und dann kaputt macht. Das ist so ein kleines Easter Egg, das ich auch noch eingebaut habe für alle Leute, die es kennen aus dem Spiel. Ah, schau da! Ah, wenn du so einen verwirschst. Ah, wenn du so einen verwirschst. Ah, wenn du Joel von so einem verwirschst, wirst du im Game. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau, genau. Ja, hey, ich finde aber irgendwie diese riesen Bloater-Ding, ich finde, weisst du, bis dahin sind die Zombies alle noch, ich kann dir noch vorstellen, dass das die wirklich gibt so, weisst du, weil die sind alle mit einem Pilz infiziert, sind alles irgendwie Menschen, die den Pilz übernimmt. Und dann kommt einfach ein doppelt so grosser Resident-Evil-Style-Zombie führen. Das finde ich so ein wenig, weisst du, die latente Angst haben, es könnte im Fall echt sein. Ja. Die wird so Sau gemacht, sobald der kommt. Das finde ich ein wenig schade, aber das ist offensichtlich dem Fall im Game auch so, oder? Ja, ich kann es verstehen, aber ich bin mir sicher, das ist nicht das letzte Mal, wo wir den gesehen haben in der Serie, weil im Game kommt es auch öfters vor und es gibt auch Klärungen, wieso sie so sind, wie sie so sind. Ah, okay. Vielleicht wird dann später noch irgendjemand darauf eingegangen. Ich glaube, jetzt wollten sie ihn einfach mal etablieren und ich kann mir gut vorstellen, dass dann Eli und Joel nochmals gegen so ein Monster irgendwie müssen kämpfen und dann vielleicht herausfinden, was passiert ist. Ja, sehr schön. Das ist zu erwarten. Und den Schluss habe ich übrigens wirklich unerträglich gefunden, also da, wo er dann infiziert auf dem Bett sitzt und so. Oh ja. Zuerst hatte es dann so die Hoffnung mit dem Blut, so, ja, vielleicht punktet es mir jetzt und so. Nein. Gnadenlos wirklich. Und auch wieder einmal, und auch eine Kritik wieder. Wieso schneidet man sich immer, wenn man Blut gebrauchte finden, in der Handfläche auf, Mann? Nie im Leben würde ich auf die Idee kommen. Wo würdest du denn? Verzähl mal. Ja, irgendwie weisst du doch auch nicht, am Handrücken oder whatever. Weisst du auch nicht, sicher nicht in der anderen Fläche. Wie beschissen ist denn das? Ja, das ist ein guter Punkt. Auf der Rückhand oder so. Ja. Rückhand oder irgendwie so, ja, ja, weisst du auch nicht. Ja. Ja. Aber ähm. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Aber ich habe es wirklich wunderbar. Nein, der Schluss war auch wirklich heavy. Es war wirklich, wirklich heavy. Aber ähm, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten paar Folgen. Wie viele gibt es denn schlussendlich? Es gibt neun insgesamt. Neun? Neun. Also jetzt sind wir langsam im Finale. Und das... Ich frage mich... Also die Hälfte. Ja, ja, ja. Sechs, sieben, acht, neun jetzt noch. Ja, ja. Ähm. Und ich frage mich... Also ich sage... Ich sage es im Finale, weil... Es gibt noch so viele Sachen, die im Game passieren. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie sie das alles in vier Episoden unterbringen, ohne dass es verdammt ist. Wahrscheinlich werden wir noch ein paar Episoden haben, die über eine Stunde lang sind. Okay. Das wären so meine Prognosen. Alles klar. Sehr schön. Euch nicht. Danke vielmals für's dabei sein. Danke vielmals fürs Zuhören. Hat Spass gemacht, wenn ihr mal im Podcast sein dürft. Ein bisschen zu Podcasten. Wenn ihr findet, wir haben einen absoluten Hafenkäse erzählt, wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr sowieso irgendetwas findet, wo wir mal diskutieren sollten, schreibt gerne ein Mail an. podcast.digitek.ch oder bei uns im Discord oder uns direkt. Oder ein Twitter. Ich schaue zwar nie auf Twitter, sonst mein Handel ist da eingeplant. Könnt ihr es mal probieren. Vielleicht auch der Twitter. Das hat Christoph Blocher auch mal gut erklärt. Könnt ihr suchen. Das ist ein kleiner Geheimtipp für die, die das ausgehalten haben bis jetzt. Schaut mal, wie Christoph Blocher Twitter erklärt. Könnt ihr uns schreiben oder auch direkt ein Mail. Whatever. Wir sind da für euch. oder Kommentar. Whatever. Gut. Okay. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao wiederand. Danke. Good. Tschüss. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020